Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Freunde, heute mal wieder eine Premiere. Ihr seht richtig, zack, eingeschaltet, Premiere ist da, denn wir haben das allererste Mal Hood Black hier auf diesem Kanal. Ich muss dazu sagen, ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Song von denen gehört. Ich habe in den letzten mit diesem Polizeieinsatz-Video da so ein bisschen reingehört, aber noch nicht wirklich, sag ich mal, ja. Das heißt, jetzt der erste richtige Song, den ich mir gebe, mit Rav Camorra zusammen und Casablanca heißt das Ding. Ich bin super gespannt. Das Ganze ist produziert von Schurki, von Cushbringer und Young Fuel. Sagen mir alle nichts von den Beat-Producern. Umso gespannter bin ich. Es sieht leider so aus, als ob wir hier nur einen Visualizer haben. Bedeutet, ihr werdet jetzt hier die ganze Zeit das Bild sehen mit meinem Bild hier. Ist aber, glaube ich, auch noch okay, solange mein Kopf nicht groß zu sehen ist. Ich bin super gespannt, man. Neue Artist checke ich super gerne aus, mache ich aber viel zu selten. Deswegen, heute sind wir am Start. Ganz kurz auch nochmal, wir haben heute Nacht eine Verabredung. Wir alle, eine große Verabredung. Ich habe einen großen Raum gemietet, 0 Uhr hier auf diesem Kanal. Es kommt so viel raus. Ich sage es, wie es ist. Potenziell die beste Release-Woche des Jahres. Potenziell, ja. Potenziell. Ich weiß noch nicht genau alles, was rauskommt. Ich habe nachher noch einen Call, aber einiges ist auf jeden Fall, einiges ist ja auch schon was. Tilo bringt einen Song raus. Wir haben Rav Camorra und Bones bringen eine zweite Palms Pass 3-Single raus. Bad Moms J Intro kommt raus. Summer Jam Mix und McCloud bringen was raus. Das ist nur nicht mal die Hälfte von dem, was rauskommt, gefühlt. Deswegen, es ist schon sehr strong für den Namen her. Ich bin super gespannt. Jetzt aber erstmal Hot Black und Rav mit Casablanca. Let's go. Ich finde es super nice, wie Rav so eine einzigartige Stimme hat. Und die einen direkt, wenn man seine Stimme hört, gefühlt schon, hat man tausend Erinnerungen im Kopf, wo man die Songs gehört hat von die Malle. Mal im Wasser, mal in Zagre, mal im Arsch von deiner Madre. Überall Blas, Gschlamm wie Legos. Ja, sie blasen alle für Pesos. Aber sehe ich aus wie Jeff Pesos oder was? Legos, Pesos, Jeff Pesos. Okay. Oha, Junge. Ganz, 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 ähm, unique, ähm, einzigartige Stimmbfarbe. Das kommt irgendwie ultra gut auf diesen, ich kann den Beat gar nicht richtig beschreiben, so ein bisschen, ich hab so ein bisschen Skyrim-Vibes. Das ist so ein bisschen so ein leicht epischer Beat, aber so eher episch im Sinne von Fantasy-mäßig. Krass wie Krab auf Wies, am Fass rum im Jeep. Ich weiß nicht, Casablanca, das alles ist Nassib. Diesen Kinder, der Sahara, der Konik, bis das Mareb. Mali, Black, bleib mit Asch, bin vernetz, international. Money, Cash, reines Flex, bleib fest, das wie Reddington. Mein Youngboy im Trap-Haus packt ab, weil er will auch so ein Leben wie wir. Ich sag ihm, lauf nie mit Packs rum, bleib in der Hut, ruft die Kuchen zu dir. Also textlich ist es nicht so meins, muss ich sagen, textlich ist es nicht so meins. Aber von der Stimpffarbe her finde ich es cool, dass wir so zwei verschiedene Stimpffarben haben. Also wirklich ganz krass verschiedene Stimpffarben haben. Lauf so ein Leben wie wir. Ich sag ihm, lauf nie mit Packs rum, bleib in der Hut, ruft die Kuchen zu dir. Viele von denen erzählen die Waren in Kiel, vier Kilo Pakete. Ich seh nix, mache die Botzen noch bunter und fetter die Klunker. Bleib ein Pirat, meine Hümer von Ludwigshafen bis... Es hat wirklich einen eigenen Vibe irgendwie. Ich kann das gar nicht beschreiben mit irgendwas, was ich jetzt aktuell so höre. Es ist wirklich vom Vibe her ganz anders als die Sachen, die ich kenne, gefühlt. Ich hoffe, wir kriegen aber noch... Ja, das ist noch sehr lang, das finde ich. Ich dachte, es ist jetzt schon zu Ende, aber wir kriegen auf jeden Fall noch ein Part. Aber ich denke, von Raph wird es das gewesen sein. Und ich neb ab, gib Gas, wie Krab auf Mies, anfahrt rum im Jeep. Hach nicht Casablanca, das alles ist Nassib. Diesen Kinder der Sahara, bleib cool, nek bis nach Mahre. Im Dschungel greifen mich die Ratten und Hyänen an, doch Verteidige wie Van Dyke. Mein Vater meinte, du brauchst keinen auf der Welt, der niederlegt in seinen Grab allein. Okay, geiler Flow. Hach in der Luz, Tanjamina, Echudiput, Keinem Choyer. Wech, wieg deine Mutter und hol dich runter von deinem Trip, so wie Tony Sousa. Okay, also es sind Hood Black zwei Leute, I guess. Ich hatte mir gewünscht, dass am Ende vielleicht der Dude mit der anderen Stimme, mit der tieferen Stimme, den zweiten Part, der Hood jetzt vielleicht auch nochmal singt. Sehr geil gewesen. Ich mag so echte, dass wir so einen epischen Vibe im Beat haben und so leichte Duel Elemente irgendwie drin sind. Aber nicht zu übertrieben den Bass hochgeschraubt oder so. Das ist ein angenehmer Beat. All right, ey. Das war super, 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 super interessant einmal reinzuhören, weil das halt gar nicht die Musikrichtung ist, die ich jetzt so privat höre. Und daher mal was ganz anderes für mich war, so vom Vibe her. Es war super interessant, die Kombi. Ich hatte mir vielleicht tatsächlich auch noch, am geilsten wäre es gewesen, Part vom einen von Hood Black, Rav Kamora, Part vom zweiten von Hood Black. So hätte ich es am geilsten gefunden, sag ich mal. So wäre es am coolsten gewesen, in my opinion. Das hatten wir Rav am Anfang, was jetzt auch nicht bad war, aber ich denke, so wäre der Track vielleicht noch ein bisschen geiler gewesen. Aber ich mag die beiden Stimmenfarben sehr gerne. Wie gesagt, ich glaube, Hood Black sind jetzt zwei Dudes. Der eine mit der etwas helleren Stimme, der eine mit der basshaltigen, kräftigeren Stimme. Und das war richtig nice, so das so hintereinander zu hören. Auch cool gewesen, wäre wie gesagt, hätten sie nochmal am Ende zusammen die Hook irgendwie gesungen. Aber an sich, geiler Song vom Aufbau her. Ist jetzt aber auch nichts, was ich mit meiner Playlist direkt reinhauen würde und on a daily basis hören würde. Dafür ist es für mich aktuell einfach ein bisschen zu langsam gewesen und nicht so der Turn, den ich dauerhaft hören kann irgendwie. Aber ich fand es super interessant. Schreibe gerne noch mal andere Songs von Hood Black rein, die ich mir vielleicht geben soll. Die vielleicht auch ein bisschen in eine andere Richtung nochmal gehen. Aber es war echt interessant, da mal reinzuhören. Irgendwie machen wir das viel zu selten so. In Sachen, die ich mir sonst nicht so gebe, hier reinhören zusammen. Deswegen sollten wir mal öfter machen. Schreibe gerne noch mal, wie gesagt, andere Songs von Hood Black rein oder allgemein andere Songs von Leuten, wo ich sonst keine Reaction zu machen und die ich mir vielleicht mal geben sollte. Auf jeden Fall mega nice. Ey, danke auf jeden Fall für die Empfehlung. Viele haben sich diesen Song gewünscht. Deswegen werden wir sehen, was in Zukunft noch so rauskommt, was wir uns vielleicht geben können von denen. Ansonsten, wie gesagt, heute Nacht 0 Uhr, Freunde. Ich freue mich auf euch. Habt bis dahin einen wunderschönen Tag. Ihr bleibt so fresh und gut aussehen wie immer. Und ciao.